Unser Spiel heute gegen den SCR 2 ist leider mit einer Niederlage geendet. Wir hatten eigentlich taktisch vor, relativ tief zu stehen mit zwei Sechsern und dann auf Konter zu spielen. Hat auch ganz gut geklappt in den ersten Minuten, sind dann 1-0 in Führung gegangen. Das Problem dann war, dass die Sechser eher auf die Höhe der Achter oder Zehner gegangen sind. Und wir relativ offen waren und dann uns der SC schön ausgekontert hat, was dann halt mit dem 1-1 kurz vor der Halbzeit geendet ist. Zur zweiten Halbzeit wollte man natürlich wieder alles besser machen. Ja, hatten dann auch Chancen, was aber halt ein großes Manko bei uns ist. Die Chancenverwertung ist relativ schlecht aktuell. Ja, und haben dann durch einen Sonntagsschuss das 2-1 bekommen. Kurz danach das 3-1, könnte man Torwartfehler sagen. Ja, hat er gut getroffen, aber kann man auch am guten Tag halten. Ja, dann nochmal alles nach vorne geworfen. Komplett aufgemacht, auf Dreierkette umgestellt. Kurz vor Ende noch das 2-3 gemacht. Aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Kann man es nicht belohnen für das gute Spiel. Danke.